so wieder ein neues update von den pflänzchen ja hier habe ich leider vergessen zu gießen die erholt sich so langsam jetzt wieder naja so richtig früchte sind hier noch nicht dran musste das fenster auch zugehangen werden wegen sichtschutz ich habe die wohnung unter vermietet hier drüben jetzt aber was gut ausschaut sind diese da also dafür dass sie in so einem ganz kleinen bodich drin sind also muss ja hinterher sein mit gießen ja funktioniert einmal frei haben wir wenigstens schon eine kleine gelbe tomate dran die wird halt gleich mal gekostet genau und ganz ganz viele andere noch grüne tomaten die dann zu langsam nach und nach werden wir müssen jetzt nicht mehr bestäuben jetzt muss man nicht mehr machen ja das ist der aktuelle zwischenstand ja wir ernten jetzt halt mal so nach und nach und wenn irgendwann meine riesen tomate dabei sein sollte werden wir euch auf dem laufenden halten